Hallo, ich bin Elmar Wepper und ich freue mich, der künstlerische Pate der Juvenale zu sein. Es gibt Drehbücher, die fängt man an zu lesen und dann muss man sich irgendwann plötzlich durchkämpfen. Man kriegt es einfach nicht gebacken. Es ist mühsam, es ist schwierig, man kriegt die Geschichte nicht richtig mit, die Figuren kommen einem nicht nahe, die Dialoge sind teilweise Hölzern und generell habe ich so, die Befürchtung ist so eine Tendenz, dass in den Filmen eigentlich zu viel geredet wird. Und ganz schlimm ist es, wenn die Protagonisten dauernd immer über ihre Gefühle erzählen, wie es ihnen geht und was sie vom anderen denken und wie es ihnen ums Herz ist und und und. Das mag ich gar nicht. Das muss man im Gesicht sehen und in der Körpersprache.